Kommen wir wieder zu einem deutschen Volkslied, was ihr alle kennen. Da denken die Leute immer, das ist ein Kinderlied. Ist es wahrscheinlich auch, aber du auch. Das Lied heißt, auf einem Baum ein Kuckuck saß. Das werdet ihr alle kennen. Das ist aber, gestern Abend war eine unglaublich spannende Sendung im Fernsehen ARD über Napoleon. Wie er da nach Russland zog und wieder zurückkam und was er da für ein Desaster erlebt hat. Und man vermutet, dass dieses Stück vielleicht auch damit zusammenhängt. Also Deutschland wird besiegt von Napoleon und er strahlt wieder, als er letztendlich wieder weg war. Und ja, wir haben lange überlegt, was soll man denn so ein Lied mal spielen. Aber ich finde, das Lied ist auch historisch eingeordnet, finde ich das völlig in Ordnung. Und dann dürft ihr jetzt bei diesem Lied mal mit singen. Also ist jetzt erlaubt und erwünscht auch. Ihr werdet es alle kennen. Auf einem Baum ein Kuckuckuck Auf einem Baum ein Kuckuckuck saß Da kam ein junger Jäger Da kam ein junger Jägersmann Der schoss die Darmen Kuckuckuck Der schoss die Darmen Kuckuckuck Und als ein Jahr fährt ja hungen Und als ein Jahr fährt ja hungen lang Da war der Kuckuckuck wieder Da freuten sich die Leute Da freuten sich die Leute Und als ein Jahr fährt ja hunden Musik Dankeschön.